Hallo meine lieben Freunde, hier ist die Prognose für den Wassermann. Das Sonnenjahr 2017 wird für den Wassermann schon im Januar positiv. Der Mars schwächelt stark und der Wassermann bekommt als erstes Sternzeichen schon die zarten Sonnenstrahlen und spürt auch schon die Sonnenenergie. Es wird ein glückliches Jahr für den Wassermann, beruflich, finanziell und gesundheitlich. Jupiter unterstützt dich vor allem in vertraglichen Entscheidungen und mit Merkur findest du lukrative Angebote. Mit der Energie vom Mars wird es dir gesundheitlich sehr gut gehen. Anfang des Jahres, ab Anfang Februar, fühlst du dich einfach hervorragend. Du siehst gut aus und fühlst dich wie neu geboren. Aber achte auf die Kalorien. Dein Übermut verleitet sich zu übermäßigem Schlemmen. Finanziell beschert der Merkur ab 20. April bis Juni 2017 eine günstige Finanzphase. Alles, was du anfasst, wird dir Gewinn bringen. Tage der Zuversicht werden dein Leben bereichern und deine Persönlichkeit zum Leuchten bringen. Geniale Ideen stärken deine Zuversicht und der Erfolg steht vor der Tür. Dein persönlicher Engel ist Erzengel Gabriel. Höre seine Botschaft. Treibe den negativen Geist aus deinem Haus. Du weißt, wenn du in Gesellschaft mit negativen Menschen warst, fühlst du dich leer und ausgebrannt. Genauso, als würden nur negative Energien auf dir lasten. Dann stelle dir vor, dein Herz ist ein Haus, in dem ungewünschte Gäste feiern. Bringe sie einfach zur Tür und verabschiede sie freundlich und nett. Danach wirst du wieder in deiner Mitte stehen. Du hast denn wieder deine Stabilität und denkst nur positiv. Ich wünsche all den Menschen, die in dem Sternzeichen des Wassermanns geboren sind, ein erfolgreiches und gesundes Sonnenjahr. Glaubt an euch und es wird in allen Bereichen ein erfolgreiches Jahr für euch sein. Das nächste Tierkreiszeichen werden die Fische... ... ... ...